Hi, hier ist Henrik und heute sprechen wir über die GmbH und zwar, wie kannst du eine GmbH gründen für dein Amazon Business? Insbesondere werden wir anschauen, was ist der Ablauf, was sind die Voraussetzungen, was sind die Kosten und welche Partner brauchst du dafür? Wir haben schon in den vorherigen Videos hier auf dem Kanal darüber gesprochen, was für Vorteile die GmbH hat, wenn du ein Amazon Business von der Schweiz ausführst und zum Beispiel in der EU verkaufst. Und zwar haben wir einerseits gesehen, dass die beschränkte Haftung besonders wertvoll ist, weil du haftest nur bis zu einem Kapital von 20.000 Franken. Dann haben wir auch festgestellt, du hast viel mehr Kontrolle über deine Steuersituation, weil du kannst selber entscheiden, wie viel Lohn du dir auszahlst und damit hast du dann auch Kontrolle über deine private Einkommenssteuer und auch über die Abgaben an die Ausgleichskasse. Wir haben auch gesehen, dass es Vorteile hat, wenn du die GmbH verkaufst, weil wenn du die GmbH nämlich in deinem Privatvermögen hast, dann kannst du einen steuerfreien Kapitalgewinn realisieren. Das bedeutet, du zahlst keine Steuer darauf, wenn du die GmbH verkaufst. Dazu müssen natürlich die Voraussetzungen richtig erfüllt sein, das Steuerkonstrukt muss richtig aufgebaut sein, aber dann kannst du auch von diesen Steuervorteilen profitieren. Und es gibt noch viele andere Vorteile, insbesondere jetzt auch für Amazon FBA, aber jetzt hier in diesem Video werden wir uns vor allem anschauen, wie kannst du diese GmbH gründen, was sind die Kosten und welche Partner brauchst du. Jetzt, was sind die Voraussetzungen? Also du brauchst, vielleicht hast du schon gehört, mindestens 20.000 Franken Kapital, um die Firma zu gründen. Du brauchst auch entsprechende Partner, mit denen du diese Gründung durchführen kannst, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Und du brauchst auch als Voraussetzung Wohnsitz innerhalb der Schweiz, wenn du die Geschäftsführung machst, oder anders gesagt, es braucht mindestens einen Geschäftsführer, der Wohnsitz in der Schweiz hat. Als Partner an deiner Seite brauchst du idealerweise einen Notar, eine Bank, das Handelsregisteramt und idealerweise auch einen Steuerberater, der dich berät. Ich werde jetzt ganz kurz darauf eingehen, beim Notar, der wird dir vor allem die Gründungsdokumente vorbereiten. Da sind unter anderem auch die Statuten dabei, die du unbedingt brauchst, das sind sozusagen die Regeln, das Regelwerk für deine GmbH. Das ist vor allem dann relevant, wenn du mehrere Gesellschafter hast und zum Beispiel einer der Gesellschafter möchte dir seine Anteile verkaufen, dann kannst du das alles regeln und es gibt auch viele andere Regelungen, die du so auch noch machen kannst. Das wird dir der Notar vorbereiten und der Notar wird dir auch einige andere Gründungsdokumente vorbereiten. Das kriegst du dann in der Regel alles fix fertig. Du musst eigentlich nur die Stammdaten, deine Stammdaten durchgeben, die Firmenadresse, den Firmennamen und diese ganzen Arten von Informationen und der Notar wird das dann alles für dich vorbereiten. Vom Notar brauchst du dann auch noch eine Unterschriftenbeglaubigung. Da kannst du dann einfach deinen Ausweis mitnehmen und kannst dann deine Unterschrift beglaubigen lassen und das brauchst du dann auch für die Anmeldung beim Handelsregister. Die Bank brauchst du, weil du brauchst einerseits ein Kapitaleinzahlungskonto und auch ein Geschäftskonto. Das ist so, das Kapitaleinzahlungskonto eröffnest du und dann zahlst du darauf die 20.000 Franken ein und die Bank wird dir dann eine Kapitaleinzahlungsbestätigung senden und diese brauchst du unter anderem auch für die Gründung der GmbH. Und sobald die gesamte GmbH gegründet ist, dann wird auch das Kapital wieder freigegeben und das landet dann auf deinem Geschäftskonto. Und deswegen brauchst du einerseits ein Kapitaleinzahlungskonto und auch ein Geschäftskonto. Wenn du mit der Bank sprichst, dann sollten die auch ganz genau Bescheid wissen. Wir können dich aber natürlich auch beraten, wenn du dazu noch weitere Fragen hast, aber grundsätzlich brauchst du diese beiden Konten bei der Bank. Dann empfehle ich dir auch, das Ganze mit einem Steuerberater anzuschauen, weil der Steuerberater wird dir auch Hinweise geben, wie du das Ganze so strukturieren kannst, dass das steuerlich ideal ist. Da ist es wichtig, dass man auch so ein bisschen langfristig vorausplant und auch schaut, was für Ziele du hast, damit man auch sehen kann, dass man das Konstrukt so macht, auch die Anteilsverhältnisse und so weiter. Auch wenn es zum Beispiel mehrere Beteiligte gibt, dass man da ganz genau klärt, wie das alles strukturiert wird, damit man das richtig aufgleisen kann. Und auch der Steuerberater kann dir auch Tipps geben, wie du zum Beispiel auch den Firmenzweck gestaltest. Das ist vor allem, wenn du handelst, zum Beispiel auf Amazon FBA, auch besonders wichtig, wie das Ganze gestaltet ist. Jetzt kommen wir zu den Kosten und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil für die Gründung braucht man unterschiedliche Partner, wie du gehört hast. Und die Kostenunterschiede, die können wirklich gewaltig sein. Also eine Gründung, die kannst du mit allem drum und dran für 1200 Franken ungefähr bekommen, wenn du die richtigen Partner auswählst und wenn du das richtig strukturierst. Aber das kann auch bis zu 4000 Franken kosten, wenn du dort nicht genau schaust, wie du das machst. Es gibt auch sehr starke Qualitätsunterschiede, wie kompliziert das ist und wie lange das dauert und so weiter. Aber es gibt heutzutage sehr gute Möglichkeiten, wie du das extrem günstig bekommst, aber auch mit einem sehr, sehr hohen qualitativen Niveau, wenn du ganz genau weißt, mit welchem Partner du arbeiten solltest. Also beim Notar können die Kosten sich bewegen zwischen 300 Franken und ungefähr 3000 Franken. Also das kann wirklich bis zu dem Zehnfachen betragen, wenn du den falschen Notar wählst. Beim Handelsregisteramt sind es 700 bis 800 Franken ungefähr und beim Kapitaleinzahlungskonto für die Bank plus Geschäftskonto können das auch 200 bis 300 Franken sein. Vom Ablauf her ist es so, dass zuerst idealerweise die Einzahlung bei der Bank erfolgt und dann bekommst du diese Kapitaleinzahlungsbestätigung. Das ist ein Element von drei Elementen, das werde ich dir gerade aufzeilen. Dann hast du die Kapitaleinzahlungsbestätigung, das zweite sind wie gesagt die Gründungsdokumente, die bekommst du wie gesagt vom Notar und das dritte ist die beglaubigte Unterschrift, die du auch vom Notar bekommst. Also das sind diese drei Dokumente und in der Regel sendet dann der Notar auch diese drei Dokumente ans Handelsregister und das Handelsregister wird dann die Prüfung durchführen von den Gründungsunterlagen und wird das gegebenenfalls auch noch mit dem Notar koordinieren, falls es da noch Fragen gibt und wenn alles in Ordnung ist, dann wird das Handelsregister deine Firma im Schweizerischen Handelsregister eintragen und sobald die Firma eingetragen ist, dann ist deine GmbH erfolgreich gegründet. Wenn du jetzt Unterstützung brauchst bei der Gründung einer GmbH für dein Amazon Business, dann stehen wir dir natürlich sehr gerne zur Seite. Du kannst dich sehr gerne auf unserer Website telepski-treuhand.ch für eine kostenlose Beratung anmelden und ich freue mich jetzt schon darauf mit dir zu sprechen.